Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir wieder Angry Birds Epic spielen, weil ich versuche einfach wieder das neue. Ich versuche zur Zeit, das durchzuziehen, weil es einfach ein Let's Plays ist und ich habe jetzt keine Lust, dass ich so einzelne Videos mache, von irgendeinem Random Spielen oder zur Zeit nur einen, ich meine es ist ein Dommage-Reader, deswegen habe ich überlegt, ich mache auch lieber Angry Birds Epic durch. Heute sind 15 Minuten vollgerechnet, weil ich glaube, ja, das dauert nicht so lange zum Wurfladen. Wir haben erstmal, wir müssen uns als erstes zum Goldenschwein, weil wir glaube ich wieder einen Freiburg haben und wir haben einmal Werbung angucken, das ist ziemlich nice. Mal gucken, was wir kriegen. Sogar noch ein bisschen, das kriegt uns noch ein bisschen mehr, obwohl ich will das so machen, ich glaube, ja doch, ich gehe mal kurz bei Werbung, kurz Werbevideo anschauen. Alles klar. Okay. Dann geht es weiter, haben wir noch einen Freiburg. Dann... Dann geht es weiter. 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 so wir sind ja viel viel stärker 50 punkte mehr ich glaube wir hatten einfach letzte folge haben wir extrem viel glück Es ist hier mal 2 Okay, 2 Menschen kritisch ist schon Das war ja Ja, okay, we're gonna smoke and we can... ach ich finde es auch lustig dass das spiel ist was ich was sagen muss ist ein bisschen dass man quasi sind wir haben das rad cloud dass der uns also dass der der das abkauft das bringt man den oberen level aber nicht das ist mir diese diese die des sens das ist so Das ist schon ein bisschen ein bisschen. Ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Heute läuft. Wir hatten schon 3 Steine. Jetzt auch schon 3 Steine. Aber das ist jetzt nicht so. Noch 10 Minuten. Okay. Ich glaube, wir müssen das Level noch schaffen. Und ein anderes. Weil... Der Abstand ist zu weit. Ach, Mann. Wir brauchen jetzt aber endlich unser Rad wieder. Das geht doch nicht. Vielleicht ist wieder eine Kiste. Da sind wahrscheinlich auch wieder gute Materialien drin. Oder... Okay, danke. Ähm... Alles klar. Oh nein. Oh nein. Ja, genau. Nein. Übertreib heilt. Stadium Hallo. maxig So, ja. Scheiße, ja, ja. Aber wir… also Und wir drehen halt bisschen hier, Leute, los! Okay, ja, das war halt zwei Level. Ja, war auch klar. Und wir kriegen ein Buch. Ich hätte das für Chuck, weil das ja Magier. Das sieht doch sehr nach Magie aus, das Buch. Mal schauen. Hier zum Amboss. Wie kriegt man das? Goldenes Buch. Okay. Das ist klar. Das ist klar. Das ist so sauer. Das ist so sauer. Hä? Das ist super. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Ich bin so schlau. Oh, Mann. Das war es wieder komplett. Drei Sterne! Alter! 91 Leben! 2700 hat er jetzt. Okay, das ist immer noch mega wenig. Aber 91 Leben mehr. Ich glaube, Chuck wäre in diesem Feld vorherigen Leben eh. Wäre wahrscheinlich 100 Mal gestorben. Das kann ich euch erzählen. Aber das ist... Mann! Kass! Das ist echt Kass! Bro. 2 4 4 5 5 5 5 5 7 5 Und dann? Du bist ja noch nicht. Ach so, jetzt auch schon mal. Reife! Oh mein Gott. für die finale war das echt einfach ich hatte das so wieder drei schnitten was ist denn heute los was ist denn heute los vier minuten heute hier wieder hätte ich das vorher machen können wenn eine andere sagen würde okay leute ich kann mich immer noch an dieses seht ihr dieses loch hier da kann ich mich noch daran erinnern jetzt kommt ein kleiner spoiler ähm und zwar spule einfach dort hin wenn ihr seht wo ich wieder kämpfe und zwar ist dieses loch da ist so ein Geist drin der hat ca. 12.000 leben und das ist extrem schwer den zu besinnen man kann es mit einer bestimmten taktik machen aber da braucht man glaube ich auch wieder geld ausgeben damit man diese sachen bekommt glaube ich also ich bin mir nicht sicher aber ja das ist extrem extrem schwer so jetzt geht es kapflos das wird wahrscheinlich auf der letzte sein oder vorletze vielleicht nur zwei minuten die 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 das das die w w Oh, 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 oh. Oh, 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 oh 1002 Schaden All die Mühle haben die denn? Das ist ja krass Das ist ja krass wir haben auch das nicht geschafft, es ist sieger 40 jetzt, also wir haben nicht viel geschafft, wir haben aber unser Radstück hier im Schiffmonster geschossen, also nicht sagen, das war schon mal eine solide Folge, dann würde ich sagen, das war's, ähm, kommentiert gerne, wenn ihr auch, wenn ihr kürzere folgt, dann wird ihr vielleicht längere, ich bin eher für kürzere, weil ich es euch besser anschauen könnte, ja, aber ich bin mir nicht bei euch, weil ich mich ein bisschen nach euch richte, weil ich finde, dass eure Ideen meistens auch ein bisschen besser sind, finde ich, also ich komme nie auf richtig gute Ideen, versteht ihr, so, deswegen würde ich mich jetzt verabschieden und würde sagen, ciao. Ciao, Leute.